Ich habe heute zum ersten Mal recht hübsche Tiere bekommen, so dass die düstere Schilderung, die ich dir eigentlich von dem Leben der letzten Woche zu machen hätte, wesentlich gemildert wird. Und doch habe ich in diesen zwei Wochen trotz angestrengter Mühe so gut wie nichts zustande gebracht und könnte wirklich in Versuchung kommen, mutlosen Kleinmut mich hinzugeben. Doch dann ist da noch eine andere, mächtigere Triebfeder, die immer wieder den sinkenden Mut von Neuem belebt. Das ist die grenzenlose Liebe zu dir und der beglückende Gedanke, alles dieses zugleich für dich zu tun und durch diese Arbeiten den Grund zu unserer glücklichen Zukunft zu legen. Recht oft muss ich auch denken, wie reizend das wäre, wenn du hier wärst und mir bei meinen Arbeiten helfen könntest. Gerade beim Mikroskopieren sind so viele kleine, mechanische Arbeiten, die einem in das Frauchen abnehmen und sie besser kann als der Mann selbst, wie du mich ja schon in Berlin mit dem Reinigen der Gläschen so treulich unterstützt hast. Hier geht diese Arbeit ins Große und kostet mich, nebst dem Waschen der großen Gläser, dem Präparieren und Ordnen der Instrumente und so weiter, täglich ein paar Stunden, die mein lieber Schatz mir gewiss gern ersparen würde. Nach den Begriffen, die die Italiener von Reinlichkeit haben, ist es ganz unmöglich, sie zu bewegen, Kleider zu putzen, Trinkgläser, Waschbecken zu reinigen, Stuben zu kehren und so weiter. Soll das alles geschehen, so muss man es selbst tun. Soll das alles geschehen, so muss man es selbst tun.